So änderst du die Farbe der Gitternetzlinien in Excel. Klicke auf Datei, klicke auf Optionen, wähle Erweitert. Jetzt fahr ziemlich, ziemlich weit runter. Und hier bei Optionen für dieses Arbeitsplatzanzeigen kannst du eine andere Gitternetzlinie auswählen, bestätigen und dann erscheint die Gitternetzlinie in der entsprechenden Farbe. Ich bin Lars vom Kanal item-zeugs.de. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du keine weitere Folge verpasst. Mach's gut, bleib gesund. Ciao.